Schon seit meiner Kindheit höre ich von diesem Ort. Der Hauptsitz des DDR-Rundfunks. Hier zu sein, ist wie in vergangene Zeit zurückzukehren. Wände, die Zeugen einzigartiger Momente waren. Es ist so viel größer, als ich es mir vorgestellt habe. In Gedanken zeichne ich auf, was mein Großvater mir über seine Arbeit beim Radio erzählte. Berlin überrascht sogar die, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben. Vergangenheit und Gegenwart. Tief in mir spüre ich die Musik. Mein Herzschlag rast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017